Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir sind alle Zuhause. Es ist der perfekte Tag zum Kochen und Plaudern. Es ist ein Tag, an dem man sich voll fühlt. Der Bife. Der Bife. Da rein. Es ist wieder ein ganzes. Heute ist ein perfektes Tag um ein Tätis zu schicken. Manchmal ist es schön, sich drinnen zu entspannen. Früher habe ich bei jedem heute draussen trainiert. Aber jetzt nicht mehr so oft. Oh, da habe ich auch schon. Ein Blumen. Es ist ein toller Tag um mit Freunden drinnen abzuhängen. Jeder versucht etwas für Brat zu tun. Aber manchmal braucht er einfach Ermutigung. Wir sparen unsere Energie. Für die Mine. Wir spielen eine neue Kräfte. Wir schauen nur ein Tätis an. Wir schauen nur ein Tätis an. Wir machen die Militärkente. Nein, wir schauen doch noch einmal weiter. Wir machen das Start. Vibriert noch immer als in der Nähe des Potscherbaumes. Seltsam, nicht wahr? Zu viel Stuff will ich jetzt nicht mitnehmen. Und dann, jetzt da noch zusammen, Karot. Oh, Karot. Ich wollte nicht einstimmen, ich wollte die Kartoffeln. Das bist du ja, du wärst ja so. Nein, lass mich die Kartoffeln selber nehmen. Da können wir auch fischen. Mal schauen, da gibt's. Vielleicht teurerer Fisch. Nein, Fisch, Humber. Wir sind in den Ölern. Das ist ein Trella. Es ist okay. Du einfach, was wir geübt haben. Ich kann mich nicht mehr an meinen Text erinnern. Ich habe das hier. Eins, zwei, drei. So, gut. Ich übertreibe es nicht nur zu sehr. Ich würde nie sein. Die Höhlen sind ein Labyrinth aus Herausforderungen, die von den Totems gebaut wurden, um dich zu testen. Es wird nicht einfach sein, aber du kannst es schaffen. Um diese Prüfung zu bestehen, musst du zuerst deine Stärke beweisen. Indem du Felsen zerbrichst. Hm, Glück. Sorry. Viel Glück. Ja, vielen Dank. Hey Trella, du musst Felsen zerschlagen. Ja. Aha. Gerade mit dem Erschten. Viel Glück bei deinem Versuch Trella. Ja, vielen Dank. Versuchen uns den Weg durch die Höhlen. Oha. Einmal eine neue E-Gang. Du hast zwar deine Stärke bewiesen, aber du musst noch mehr tun, um Eule zu beeindrucken. Diese Macht ist immer noch unerreichbar. Möge die Macht mit dir sein. Ich brauche Feuerstein. Die Symbole auf dem Statuen mit meinen Bildern abzugleichen, war Donns Idee. Aber ich bin besonders stolz auf den Pinienzapfen und den Granatapfel, die ich für diese Statue gebaut habe. Glück will nur noch sicher gehen, dass du ein Geheimnis, dass das ein Geheimnis bleibt. Oh, oh. Vergiss es. So sicher wie ein Baum stabil ist, wird unsere Beziehung fruchtbar sein Trella. Ich brauche Feuerstein. Und ein weiterer Gang hat sich eröffnet. Überprüfen. Wenn du dieses Totem mit dem ehrst, was es begehrt, musst du seine Aufmerksamkeit würdigen. Bevor du die Totems auf einen Gefallen bittest, musst du ihnen zuerst deine Freundschaft in Form eines Geschenks anbieten. An den Wänden wurden Hinweise mit Symbolen gemalt. Mit dem Entsprechen, was das Totem will. Ich brauche einen Pinienzapfen. Dieser macht es noch unerreichbar zu denken. Wie war gar kein Fenienzapfen? Ich bin ein Toppen. Und dann spielen wir den Pinien mit. Das Totem akzeptiert deine Gabe. Bist du bereit, die Herausforderungen anzunehmen? Ja. Oder auch nein. Dieser Versuch testet deine Beobachtung. Zum Überspringen der Drittkarten. Versuche mitzuzählen. Eins, zwei, drei. Gelb, rosa, vier. Fünf. Gelb, rosa, grün. Gelb, orange, blau. Fünf. Ich weiss einfach, dass Patscha diese Herausforderung lieben wird. Ja, ja, aber es ist doch nicht vorbei. Wie viele von uns hast du gesehen, Trella? Fünf. Du hast es geschafft. Wir werden im Handumdrehen erwachsene Totems sein. Das darfst du dem Trella nicht sagen. Wir sollten es einfach zugeben. Weisst du, Trella ein Totem hat sein eigener Initiationsritus. Und das ist unsere. Wenn wir in der Lage sind, dir durch diese Prüfung zu helfen, können wir dann den anderen zeigen, dass wir auch bereit sind, Patscha zu dienen. Aber glaube nicht, dass wir dich schon werden. Aber glaube nicht, dass wir dich schonen werden. Auch wir werden getestet. Also, viel Glück, Trella. Ja, ja, danke schön. Und fast hätte ich es vergessen. Wenn immer dieses Symbol ist, können wir dir unsere Kraft leihen, um schnell durch die Höhle zu reisen. Durch die Türe, die sich gerade geöffnet hat, warten weitere Herausforderungen. Mach's gut, Trella. Immer Tageszeit klein mal gehalten. Jetzt können wir schnell reisen. Können wir dort zum Eingang. Ein erster Feuerstein. Ein Feuerstein. Gutes Feuerstein kann gute Werkzeuge herstellen. Gut, das ist richtig, aber es ist so gut. Das ist richtig, dass wir jetzt hier ein Feuerstein halten. Also, wir müssen hier ein Feuerstein. Das ist richtig, dass wir jetzt hier ein Feuerstein nehmen. Das ist ein Feuerstein. Lass uns nicht so gut geht, da ist das ein Feuerstein. Aber wir müssen hier ein Feuerstein nehmen. Und weiter geht's. Gib mir viel Feuerstein. Fisch. Don und To sind mir aus dem Weg gegangen. Das ist etwas Zwielichtiges im Gange. Diese Macht ist noch unerreichbar. Jetzt können wir hier draufklicken. Die Taschenlampe, die du hast, ist in dunklen Räumen wie diesem hier sehr nützlich. Wenn du reinläufst, tut er es automatisch ausgerüstet. Vielleicht von mir findet sich eine spezielle Taschenlampe. Feuer. Wenn du es anzündest, können wir es sehen. Danke Trella, ich habe Angst vor der Dunkelheit. Obwohl ich leuchte. Die Taschenlampe, die Taschenlampe, die Taschenlampe, die Taschenlampe. Das ist ein schönes Reisepunkt. 24 Könnte schon fast reichen Wollen wir noch keine Energie haben Oh fuck Ich habe den Weg freigeschaltet, aber wir brauchen eine Axt. Wir drücken dir die Daumen, ja dankeschön. Karotten oder Kartoffeln oder Rüben oder sonst was. Ah, da waren wir schon. Da bin ich schon gewesen. Dann ist noch ein Feuerstein. Nein! Das war nicht gut. Das war nicht gut. Rohrfisch ist nicht gut. Bald. Dann gehen wir nach Hause. Dann gehen wir nach Hause. Wir haben keine Energie mehr. Coge, da geht es jetzt. Dann kommen wir nach Hause. Jetzt kommt noch ein. Karotten Samen. 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 Karotten Samen.